Grüß dich, ich bin wieder Eure Berger und heute gibt es wieder meine Videoteigenbuch. Jetzt habe ich auch eine Woche keine Videoteigenbuch gemacht. Ich war immer gegangen und das war nicht viel mehr. Ich habe keine Stimme gehabt, aber ab heute gibt es hier regelmäßig ein bisschen der Teigenbuch. Das Haus wohnt in der Gemeindemitarbeiter mehr ausgewählt, weil ich wohnte ganz allein so auf, fast wo ich kam und einer ist auf Reha oder Kuh. Reha? Ja, auf dem Wissen. Ich wollte gleich alle Wissen, dass ich den nächsten Tag ein Video-Teigenbuch ausgesst. Seht zu sehen. Aber ich wollte geschehen wieder und lass mich wieder ein Video-Teigenbuch machen. Machen. Vielen Dank, Eure Berger.